Hallo Civilization Fans, Willkommen zurück zu Folge 17 von Thomas Spiel, Civilization 6 als Gott, ne, unsterblich hatte er als gegen ich Verwechslers gemacht. Und unser Spion war noch erfolgreich, hatte den Herbstoff gestohlen, perfekt, so dass es da auch dann weitergehen kann. Ähm, mir war noch ein Leuchtturm angekert, du entfernst den Wald, das Arsenal von Venet ist bald fertig, du entfernst hier den Wald, du bist die Börse fertig, du stellst die Satellite mit der Technologie, hast du schon gut gemacht. Und hier unten, was macht der Dorf? Ich muss was hassen. Ich will einfach im Wegen stehen. In Aachen? In Aachen ist er nicht mehr so interessiert, ne? Ah, jetzt kommt er wieder. Aachen, Aachen ist irgendwie die Beleidiger, ich fache, ich raffe das nicht. Ich verstehe, das will ich nicht machen, wenn ich einfach die Kanone einsetzt, der statt. So, der ist fertig gekommen. Hm. Hier hin, Lagerungstürm, lösen wir mal ab. Und du gehst da hin. Genau, du musst da weg. Jetzt geht's nicht so. Und du gehst hier hin. Du guckst mal so. Und dich. Würde ich jetzt sagen, komm wir ja gerne einfach mal in den Krieg. Klasse Speli, komm mal in den Krieg. Yo. Oh. Du weißt du dich älter um einen Stjordner, aber du hast es geklappt. Ja, ist klar. Jetzt abhälte er wieder her. Du bist eh mit allem uncool. Von daher komm mal. Und dann, ob er was machen kann. Der kann noch nicht schießen. Der kann... Der kann noch nicht schießen. Waaah. Boah, Alter, geht er weg. Aber die haben keine... Hört mal an. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hm. Ah, das riecht mich auf. Das riecht mich auf hier. Das riecht mich dermaßen auf. Okay, dann schießt du wenigstens hier. Ach, du hast keine Stadtmaulen, die ich die gesehen habe. Oh, sieben Verteidigung. Da geht's ja ab. Ähm. Ach, du hast den Ballon bekommen. Ja, einer befehle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weg. Ja, ich weiß. Himmel, du hast ja schon einen Krieg gekriegt. Ich bin schon nicht. Okay, ich muss auf der Sack. Äh, ja. Hier brauchen wir sowas hin. Da brauchen wir sowas hin. Nächste Runde. So. Mal gucken, was irgendwo passiert. Der Genese uns jetzt hier irgendwie... Das ist schon hammerhart. Das ist echt schon hammerhart. Das ist echt schon hammerhart. Was ist denn jetzt passiert? Ähm. Also du... Es ist... Wahnsinn. Wahnsinn. Wie beschissen kann man denn stehen? Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich weiß, ich bin jetzt hier mit der Erde. Schön. Dann können wir den schon mal wieder zurückfahren. Super, sieben Gesundheit abgezogen. Ne, das dauert doch dann nur. Hm. Oh, Mädchen. Immerhin, der zieht ein bisschen mehr ab. Wer kann jetzt auch noch schießen? Das würde wahrscheinlich gerne ein Verlagerungsturm. Hier müssen wir den anderen da ausknocken. Aber wie bescheuert. Ey, geh weg mit diesem Drecksmuskelbär. Ah. Schön, ja. Dahin müsste ich. Genau dahin. Einmal da durch. Oh, Schwachkopf. Ich hatte mir leider gar nicht mal gedacht. Es ging. Vielleicht sollte man die erst erobern. Einfacher. Ah, Leo. So. Machst du jetzt hier mal den Sumpf weg nach. Haukopf hat drüben geschlossen. Einer hat geplündert. Schön, schön, schön. Wenn, dann kommt der mal alles auf einmal. Mal gucken, was das hier unten jetzt wird. Wahrscheinlich nichts Gutes. Okay. Oh, die haben mich nicht angekrochen. Entweder geht's nicht. Wahrscheinlich geht's nicht. Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift. Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Ja, das ist eine sehr schöne Animation. Das Personal von Venedig. Wir haben ein Wunderchar gebaut. Sehr schön. Okay. Wie lange ist die Förderung verfügbar? Ja. Dann fördern wir dich dann. Wie du. Schießt hier einfach mal drauf. 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 Ich will hier mal ganz langsam aber sicher vorankommen. Ich würde so gerne einen Korb bauen. Und genau, was hat jetzt das gemacht? Da brauchen wir noch ein... Ein Messer. Noch gibt es hier wirklich. Es gibt noch Schusswerfer zur Ohrenordnung. Okay, weiter geht's. So, hier. Schusswerfer. Es gibt's. Eine gute Befehler. Regenwald wird wahr. Genau. Sumpfland aufmachen. Genau. Genau. Und der Verlangen erholt sich von den Strapazen. Gehen wir hin. Den hatte ich hier unglaublich gebrauchen worden. Ich bin hier mit runtergezappt. Aber da kommt ja noch einer. Damit wir die Befehle entspannen. So. Theoretisch an hier. Ich könnte es das Ganze von oben her machen. Ja, mach das mal bitte. Nächste Runde. Mal schauen, wie lange unsere Artillerie hier so entspannt dasteht. Oh, ein Bauernopfer. Scheint doch eine ganze Weile zu halten. Und das ist so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ab einer gewissen Entwicklungsstufe. Eine Stadt wie Stadtmauer nicht mehr von Nöten sind. Um freiliche Angreifer anzugreifen. Was ist hier los? Aachen hat sich gut gemausert, möchte ich sagen. Ist zwar zerplündert bis zum Umfallen. Aber die Chinesen haben irgendwie Stress mit dem Ba-bam sehr. Ba-bam. So, den muss ich mal weg. Du schießt auf die Stadt. Und die Löcher werden größer. Das ist gut. Du schießt auf die Stadt. Du schießt auf die Stadt. Und das ist gleiche Gefühl. Ja, mach mir zu viel, aber Grad. Und du. Du bist ja. Nächste Hände. Ich hätte sich ver... Das Muskel? Das kriegt mich aufer. Was ist denn jetzt schon da? Aachen. Aachen im Aufbau. Dann werden wir die doch erneuern. das sind du hast gerade im Steakle und natürlich den Stecker oben schweißen okay meine Allianz ist abgelaufen wir machen das doch erst ähm Freundschaft oh schade Gandhi ja das ist das hier der war keine ich kann mal den müssen verhandeln was hat er denn was braucht er denn was ist er denn was hat er denn das wetter denn wir glaubt er das ist jawohl so dann haben wir schon mal gute Heilungsbeziehungen Grundbraustein der Grundstein einer gesunden sonstigen Beziehung Artillerie den und da muss ich auch aufbrauchen jawohl aha freibus freibus da müsste ich doch jawohl beförderung kriegen endlich mal. Und hier jetzt auch noch. Da können wir ihm schon mal kräftig einen mitgeben. So ist fein. Der wird dann anlanden, kriegt dann noch einen mit. Und dann wird er uns wahrscheinlich hier unten zerlegen. Das heißt, wir befestigen uns hier weg. Und hier oben noch eine Artillerie. Ja, vielleicht mit den Artillerien müsste ich das schaffen. Weil das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen rein. So, Monse-Michel und go. Haken ist immer noch unter Beschuss. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Ah, in der Stadt drin, natürlich. Gleicher hier, eh so vieler. Yeah, im Atomzeit, Alter, sind wir. Nichts auf dieser Erde hält ewig. Gut. Genau, nichts hält ewig. Außer Christoph. Ähm, dann müssen wir bis hier hin. Ah, so gut. War mal. Ist toll. Ist zwei, drei. So rum. Und hier oben haben wir auch noch mal über einen stehen. Dann brauche ich auch wieder. Das ist genauso. Okay. Gut. Und weg mit dem Weg zu. Ah, sehr gut. Gegen. Ähm. Super. Du, Beförderung gegen Land. Genau. Ähm. Irgendwelche Kosen müssen wir sich ausbilden. Das ist schade, das ist schade. Okay. Das passt. Okay. Mit dem sind wir noch allianziert. Und er ist uns gesonnen. Wart macht Harald. Und Gualicht. Ah, er holt nur den. Garnlos. Garnlos. War nix. Also. Das ist der Beginn eines hoffentlich lange währenden Oberungsfeldes. Aber Oberungsfeldes. So ist es so. 104. Hm. Noch besser. Kann ich gar nicht mehr abziehen. Ja. Nein. Geht ein bisschen was weg. Und du. Wart. Wenn er schlägt erst recht. Wo soll das denn? Kann man ja gar nix machen eigentlich auch. So. Kommen wir hier noch durch. Äh. Oh. Wo ist denn entweder noch geplant? Wo ist denn ab? Ein Händler natürlich. Ausfällig. Ja genau. Die Artillerie wollte ich eigentlich bewegen. Und zwar hier runter. Deswegen muss ich nicht weiter Anfahrtsleben. Na gut. Wird gehen. Und wir können ja leider nicht mehr durch China durch. Das hätte ich jetzt hier sehen können. Einen großen General. Normal. Und ansonsten passiert hier nicht viel. Wir könnten mal mit der Artillerie den Rügel beschießen. Hm. Müsste funktionieren. So. Das Ballett strahlt eine zerbrechliche Art von Stärke und eine gewisse Unbeugsache. Das Ballett strahlt. Ist okay. Ähm. Irgendwas was das macht. Kampfstärke zu dem Evalipion. Hier rum. Ah. Linterpunkt ist alles. So. Du. Ach. Hier machst du ja nichts. Hier machst du genau den Schaden. So. Hier ist der Knocher von Latz. Hier gehen wir auf die Stadt. 11 Verteidigung. 10 Gesundheit. 12 Verteidigung. 11 Gesundheit. Na ja. Ist ganz sicher. Werden wir das schon schaffen. Ähm. Amsterdam. Und Lisabon. Das wird beginnen. Ein spüren. Brauchst du viele. Die Telekommunikation liegt gerne da. Weiter geht's. Und hier steht's um Aachen. Oh warte. Ich bin zu meiner Allheit hier. Jetzt kommt die großen Generäle hier an. Ja. Doch lass mal alles mal lieber schön sacken. Das wir uns hier nicht noch mehr Stress einhandeln. Als wir ohnehin schon haben. Genau wieder plus 10 plus 20. Das ist okay. Dann. Der Bewerbungsturm. Unterhaltungskomplex. Hier wurde mir gesagt. Der kann von anderen profitieren. Aber ich habe halt auch immer den Platz. So was zu bauen. Oh. Du bist ja schon wieder hochgehalten. Effektiv. Du bist ja nicht gerade viel verloren. Unsinn. Eins. Gut. Und jetzt durchstoßen wir den. Jetzt die Verteidigung. Ne. Muss auch null sein. Auf jeden Fall. Sonst ist das nichts. Das lassen wir alles so stehen. Jetzt werden wir dieses neue Gewicht mehr schaffen. Ach du heilige Scheiße. Das geht in der. Ach du Gott. Kollege hast du nichts zu tun oder was? Oh komm wurde besiegt. Das ist ja schön. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt aber nicht so schön. Ja. Verdammte Axt. Die heilen sich auch immer wieder. Warum auch immer. Ah. Ah. Den können wir ja hier haben. Kann ich demnächst mal ein paar gute mitgeben her. Und. 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 Was? Boah. Er macht ja gar nichts. Boah. Hammerheit. Auldne den Panzer. Hoi. Das weiß ich. Äh. Öl. War ja was. Also. Was? Kann ich den Panzer haben? Der mit, ich hab gedacht Dann bauen wir noch mal Ritter her Können wir noch mal Ritter bauen? Nein, genau Die gute Infanterie Oh mein Gott Verhaltungskomplex Das geht nicht Camp Ass 1x1 Das war alles so richtig Theaterplatz Ah klar Ich hoffe, wenn wir jetzt mal einen Theaterplatz gebaut haben Wenn wir dann da unten Wahrscheinlich vernichten geschlagen werden Dann müssen wir ran Aber hier können wir ja natürlich Ich kann da echt nichts dagegen setzen Das ist echt schlimm Warte, wenn wir gekauft werden Mal Das ist Ja Ach, was ist denn passiert? Äh Krasse Geschichte Echt Krasse Geschichte Aber schön, dass wir an der feindlichen Küste entlang fahren Mann Kannst du keine Wacons setzen Wir schaffen es einfach nicht Jaja Schon klar Das war ja logisch Dass du überhaupt ein Sack bist Mit was? Mit Recht, muss man ja sagen Aber das ist der Deutsche ja ein bisschen noch Weil jetzt hilft Oh Gott Ah yes Oh Mann Das wird ja gelöscht Ach Gott, hier unten ist schwein noch Der macht ja richtig viel Schaden an ihm Wow Wahnsinn Wahnsinn Ah Mein lieber Kratzer ran Wahnsinn 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 Du Du Ich muss die fast keine Kratzer an denen rein Ja Ja Kann man ja runter Was ist denn hier? Mal gucken was das hier unten auch wird Das hier hüttchen wir schon oder Du bist auf den Sack So war das jetzt nicht geplant Dammit Aber man muss ja damit rechnen Dass er Was ist denn jetzt passiert? Er gibt mir Gold dafür Krieg ich Öl Mein Freund Nein Nein Hm Ja Ich würde sagen er hatte schon ein bisschen Angst ne Aber eine Artilovine hat er natürlich weggemacht Das ist ja klar Ja Zwei 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 Oh Die hat's überlebt Eieieiei Ja Wo du hin willst Sind wir Bären Ich würde die ganze Zeit stehen Aber ich brauche mindestens Kurs Alter Scheiße, bis hierhin sollst du da nur... Warum bin ich gerade kurz im Weg? Achso, weil er schon voll steht Achso, puh, äh ja, nein vielleicht Das nächste Mal Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oder ein Abo Es war nicht der schönste Krieg, ich gebe es Ihnen zu Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt Mit Koren und Armeen, da kann ich noch nicht mithalten Also, wir müssen da auch ein bisschen porschen, porschen, porschen Bis zum nächsten Mal, gab es euch wohl, euer Thomas